und da wird hallo und herzlich willkommen zurück zu PANET 2 wir machen diesmal ein einkaufszentrum das heißt wir müssen alles zerstören was es in den Weg kommt mit der Zentri-Gang bin ich mir gerade nicht unbedingt sicher wieso das sich funktioniert hat vorhin ich weiß es nicht nicht ganz ehrlich sagen muss nicht unbedingt funktioniert hat alle Zusätze gekauft ist es gut wo kann man der um das nennen um Fragezeichen zivil kommen hinzu erlöst unabhängig Alarm aus dann würde ich gerne hinten sein ok wurden neue Elemente eingefügt wie ich sehe welche Kisten selber jetzt dazu ich will die Kisten irgendwas machen ich glaube nicht ich glaube nicht wir wollen die Schatz wir wollen die Schatz ich weiß nicht wie der Schatz war ich weiß nicht wie der Schatz war wie war das Schatz Aktionen Steuerung Tastengenehmig haben wir schon gestartet ja wir starten geh runter mein Gott dir fehlt Benzin für was ich kann sogar ich kann es doch gar nicht benutzen das ist ja total schäbig los runter mit dir auf dem Boden ja fesseln tun wir die Leute damit wir nachher entsprechend geh runter damit wir nachher dementsprechend äh Geiseln einlösen können gegenüber anderen Mitstreitern die eventuell gefangen genommen werden wenn es insoweit kommt eigentlich glaube ich war das Ziel hier eigentlich immer Schlaggenau alles kurz und klein quasi alles zu vernichten was nicht bei drei auf den Bäumen ist langsam wird es eng wo ist denn es wird eng hier ist kein Safe hab ich jetzt gedacht warte wieder runter ja achso aber kann man das nicht so genau wo ich hier keine Mission verschwenden großartig ich muss verduften warum warum schlagen die denn nicht alles kaputt hier ok naja Spieler tritt im Spiel bei und wird der NPC quasi ersetzt zum Spieler nein gespannt mal gucken muss noch was denn beim Juwelier und muss unbedingt noch darum wo andere man kann quasi gleich paar Sachen mitnehmen und Schmuck etc da höre ich das Gebratze doch schon unten weg mit dir Zieler, Erinnerung, Schlag, da ist kurz und klein muss ich ehrlich sagen würde ich nicht warum ich das nicht machen denn es gibt ja zusätzliche Punkte den kriegst du auch kaputt so ach guck mal hier da habe ich genau was vergessen hier noch muss ich was kaputt machen da noch was kaputt machen die Scheibe steht auch noch mit euch Mistmaden wir laden mal eben nach die Scheibe die Scheibe noch das war das ist ja auch hier war alles hin hocken eigentlich das ist gar nicht mehr ein Zielgenauigkeit sind wahrscheinlich wieder anst unermessliche mein Super-Aim sieht man ja auch im Battlefield 4 der hat er schon sehr gut ouchen gut wo ach von da unten ich sehe da nichts gerade hier kommen die auch immer gerne durch will ich aber trotzdem gerne wissen warum ich das vorhin ziele auf gültige blablabla ah denn wie gesagt da Aua 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 diese ja jetzt nicht schon los da hat hat das Gerät erstmal schön hier von unten oh ach da sind ein paar mehr Leute da so schon wieder das war schon wieder einer TF ja ja wir machen das schon schön den Vandalen hier raushängen lassen wenn man das schon im echten Leben nicht darf dann kann man das im Videospiel machen ha 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 oh jetzt lebt der schon wieder das ist das ist echt bescheuert denn dann drückst du eher dass er reloadet und dann musst du nochmal eher drücken dass er reloadet das ist ja echt nicht mehr feierlich dann ist schon wieder einer ich arbeite mit dir sag mal es wird auch darum zu tänzeln du Spacko wissen wir gar nicht so da hat jemand entziehen oh Gott Gott sind da viele nur schande dann war das wer ein Sniper da bin ich doof das muss man eher sich heilen Ok ich bräuchte Munition unbedingt irgendwie es wäre jetzt gerade in diesem Moment irgendwie wichtiger für mich Oh Gott, wo kommt der denn her? Gut. Ja, hier wegdrehen ist nicht. Du stirbst oder du stirbst nicht. Oh, hab ich gerade auch's Maul bekommen. Wow, wow, wow. Weg, 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 weg. Get the bags. Ja, Leute, ne, also... Wenn man schon so rumschreist, dass sie diesen nehmen sollen, dann muss sowieso schon herkommen, ne? Und so langsam wäre es echt viel. Ich gehe gleich drauf, wenn es weiter so geht. Ich hab für meine Haube auf keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Kommt doch. Warum gehen wir denn jetzt nicht? Oh Gott. Juggernaut. Juggernaut chillt. Leute, wir müssen jetzt echt verpisten hier. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Leute, wir müssen abhauen, ne? Das bringt uns jetzt ja irgendwie nichts, ne? Wenn wir jetzt da stehen und sterben, ey. Jetzt mich verarschen. Sehr gut. Wir müssen gehen. Merkt ihr das nicht? Wir müssen gehen. Alter. Schwede. Das war ich knappe Nummer. 30.000 Kram. Oh, ne. Oh, das war schon... Ne, ist aufs Score-Konto. Das ist... 50.000. Risikozuschlag. Du durfte bloß noch nicht viel Level abbrechen, oder? Oh, doch, es reicht. Sehr gut. Was nehme ich, ne? Hier die goldene Mitte? Klar. Ah, die Maske verpasst, ey. Okay, Geld, Waffen. Na ja, auch muss Geld gezogen. Ach, komm. Ja, 80.000. Sehr gut. Gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.